4.11.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt das erste Update-Video, oder ich habe jetzt das erste Update-Video seit diesem großen Preisanstieg von knapp 40% abgedreht und wir sind seitdem eigentlich in dieser sehr, sehr eng definierten Range wieder, im Bereich 9100 bis 9300. Ich wollte zu dem ganzen jetzt nochmal ein Update geben, vor allem zu den letzten Aussagen, die ich im Video getroffen habe, mit den Szenarien, eigentlich auch mit der 200er EMA, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen hier drüber brechen und das wollte ich in diesem Video erstmal machen. Wir haben ja seit dem 31.10. einiges an Tumult gesehen, abseits vom Preis, also abseits vom eigentlichen Marktgeschehen. Wir haben einmal den Bitmax E-Mail-Adressen-Leak gehabt, von dem ich auch betroffen bin mit zwei Accounts. Ich sehe das Ganze ziemlich gechillt, ich habe wieder die E-Mail-Adresse geändert, noch habe ich einen neuen Account gemacht. Ich habe auf beiden Accounts 2FA-Keys, ich habe auf meinen E-Mail-Adressen 2FA-Keys. Ja, natürlich ist es absolut idiotisch von diesem Bitmax-Death-Member oder von diesen Bitmax-Mitarbeitern, muss natürlich absolut nichts sein, aber ich habe absolut nichts zu befürchten und für die Leute, die mich auch schon angeschrieben haben, weil sie ziemliche Panik bekommen hatten, solange ihr 2FA-Keys habt, kann euch eigentlich absolut gar nichts passieren. Also ich habe sowohl auf meinem Gmail-Account 2FA-Keys, ich habe auf meinem Bitmax-Account 2FA-Keys, ich habe logischerweise andere Passwörter und ich habe zusätzlich auch noch, was jetzt nicht jeder kann wahrscheinlich, aber was ich so handhabe ist, ich habe mein Smartphone separat und ich habe die 2FA-Keys auf einem Device, was ich absolut gar nicht verwende, außer für die 2FA-Keys. Ich habe das Ganze damals umgestellt, als ich ein neues Handy gekauft habe und auf dem alten Handy laufen wirklich nur die 2FA-Keys. Das heißt, ich bin 100% sicher, mit der E-Mail-Adresse allein kann man absolut gar nichts machen. Worauf ich nur aufpassen werde und worauf ich oder was ich jedem raten könnte, solltet ihr in Zukunft irgendwelche komischen E-Mails bekommen von Exchanges, also von Bitmax oder Binance oder wo auch immer ihr die E-Mail-Adresse noch verwendet habt, klickt da auf gar keinen Fall drauf oder verifiziert zu 100%ig, dass ihr die E-Mail-Adresse eventuell selber ausgelöst habt. Im Regelfall solltet ihr nur eine E-Mail-Adresse bekommen oder eine E-Mail von einer Exchange. Wenn ihr vorher eine Aktion ausgelöst habt, zum Beispiel einen Withdrawal-Request oder Ähnliches, das heißt, solltet ihr einfach so eine E-Mail-Adresse bekommen, eine E-Mail-Adresse, in der steht, ihr sollt bitte euer Passwort verifizieren oder so, dann sollte das dem gesunden Menschenverstand entsprechen, dass ihr da nicht draufklickt bzw. euer Passwort eingebt. Und was ich diese Woche auch noch extrem witzig fand, ist, dass unser deutscher Fake-Satoshi, also unser Nakamoto, wie er umgangssprachlich heißt, der wurde ziemlich exposed in Amerika. Der hat nämlich das gleiche Spiel durchgezogen, wie er in Deutschland durchzieht mit seiner Bitcoin-Kofauna-Geschichte. Generell, ich glaube, jeder Mensch mit einem gewissen Mindest-IQ weiß natürlich, dass das absolute Bullshit ist, weil die gesamte Story natürlich überhaupt nicht stimmt. Und wer sich seine Biografie angesehen hat, wird auch schnell merken, dass da nur Bullshit drinnen steht. Da stehen auch so Sachen drinnen, wie, glaube ich, Mitbegründer des Internets und so weiter und so fort. Also ich denke, jeder, der eine ziemlich gute Menschenkenntnis hat, der merkt eigentlich, dass dieser Typ von Haus aus Fake ist und natürlich sich Bitcoin-Cofauna benannt hat und dass er 250.000 Bitcoin, also das ist natürlich die absolute Lächerlichkeit schlechthin. Das Lustige ist nur, in Deutschland kann er das eigentlich ziemlich, ja, narrenfrei machen, weil bei uns sagt sowieso keiner was dagegen, beziehungsweise es gibt bei uns sowieso keine Messen oder Conventions, wo der jetzt großartig deswegen verarscht werden könnte. Aber in Amerika war das ein wenig anders, weil in Amerika hat er die gleiche Masche durchgezogen und ein Typ von Twitter, der ein ziemlich bekannter Bitcoiner ist oder keine Ahnung, eine Twitter-Persönlichkeit, ja, der hat ihn halt ziemlich verarscht auf dieser Messe und das ging ja ziemlich viral und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich seit drei, vier Tagen oder so nur noch den Mold auf meiner Timeline sehe, wie er von Twitter-Persönlichkeiten verarscht wird. Auch der Andreas, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich ihn nicht hundertprozentig aussprechen kann, ziemlich bekannter Bitcoin-Core-Typ, hat auch, ja, ein Bild gepostet, wo er gesagt hat, aber bitte, sollte euch jemand ansprechen über diesen Typ, bitte nicht glauben, dass der mich kennt oder dass ich ihn verifiziere, dass ich nicht so tot ist als Scammer. Fand ich ganz lustig letzte Woche, ihr solltet euch das Video anschauen und die Tweets, war wirklich ziemlich lustig und jetzt gehen wir zum eigentlichen Video. Wir sind jetzt hier im Bitcoin-Daily-Chart und ich muss logischerweise sagen, wie wahrscheinlich viele andere, dass ich mit diesem Preisanstieg nicht so früh gerechnet hätte. Ich hätte durchaus gesehen, dass der Preis noch auf 6.400 bis 6.300 geht, das Ganze habe ich auch ziemlich gut begründen können, aber aus dem Nichts kam dieser große Anstieg, es gab ja da Spekulationen, ob das wegen diesen China-News war. Ja, kann man natürlich sehen, wenn man will, ich bin immer der Meinung, dass die News meistens nach dem Preisanstieg gefunden werden. Man sieht jetzt natürlich auch hier im Nachhinein wieder, man weiß es immer besser. Wir hatten im letzten Video die Diskussion, wie man dann die Fit-Levels anzieht, wenn man sie jetzt ganz nach hier oben gezogen hätte, hätte man auch gesehen, wir sind am 62 Prozent-Level. Aber wie gesagt, bringt uns hier jetzt nicht viel, hätte, hätte und so weiter. Generell, ich habe es nicht gesehen, weil es ziemlich signifikant war, war, dass wir diesen Drop vorher noch gesehen haben. Das war ja ein Szenario, was ich möglicherweise angesprochen habe, also dieser Fake-Out, bevor wir dann den wirklichen Move sehen. Und das ist dann wirklich wieder so eine klassische Marktstruktur, die auf Manipulation hindeuten lässt. Das heißt, wir haben hier einfach ewig lang eine Range definiert. Jeder, der bereits versucht hatte, diesen Bohnen zu fangen, wird von hier aus long sein. Das heißt, jeder, der hier long war, wurde mit diesem Move ausgestoppt und danach direkt dieser aggressive Move nach oben. Also, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt und Theorien hervorbringen, was ihr wollt, warum dieser Preisanstieg so stattgefunden hat. Für mich ist das definitiv Manipulation von größeren Marktteilnehmern. Es macht absolut keinen Sinn, technisch gesehen, dass man einen Support bricht, nur um dann im nächsten Atemzug 40 Prozent anzusteigen. Das heißt, ganz klar, klassisches Verhalten, darauf muss man sich einstellen, darauf muss man gewappnet sein. Aber hier wurde ganz klar manipuliert, sozusagen, diese Stops der Leute aus dem Markt zu nehmen, die eben technisch trainen und die eben von diesem Support schon long sind. Was hat sich jetzt von den Szenarien geändert? Das ist eigentlich ziemlich interessant, denn wir sind jetzt wirklich über diese 200-Tageslinie gebrochen. Interessant aus diesem Grund, weil, naja, ich habe es euch, glaube ich, schon tausendmal gezeigt, aber die Linie oder die EMA ist schon extrem signifikant. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, weil wir am BitMEX-Chart sind, der hat die Daten nicht so weit nach hinten. Aber wie gesagt, einfach einer der signifikantesten Benchmarks, die man so als Chart-Analyst eigentlich ansehen kann. Und wir sind jetzt wieder hier drüber. Und wir sind hier auch wieder drüber mit einem sehr, sehr starken ehemaligen Support, beziehungsweise Resistance Level. Das heißt, für mich ist das kein Fake-Anstieg oder Fake-Pump. Einfach auch aus dem Grund, sorry, weil wir dann ja schon längst abverkauft hätten von hier. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass wir einen 40-prozentigen Fake-Anstieg sehen und dann nach diesem Anstieg konsolidieren. Wenn wir uns das Ganze ähnlich ansehen, nach den bisher größeren Pumps, haben wir das ja nicht immer gesehen, dass wir einen sehr, sehr großen Anstieg hatten. Dann Konsolidation und dann Fortführung des Trends. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir 45 Prozent pumpen, dann konsolidieren und von dort wieder abverkaufen. Das ist für mich schon ein sehr politisches Zeichen und für mich generell auch ein sehr positives und erfreuliches Zeichen. Die Konsolidationsphase ist natürlich wieder langweilig, aber generell zu erwarten. Ich hätte mir zwar eigentlich ausmalen können, dass wir letzte Woche, also wir haben jetzt ja den vierten schon, also in der Woche davor, dass wir da schon eventuell den Marsch fortgesetzt hätten. Ist aber nicht passiert und für mich ist jetzt folgendes wichtig, das zeige ich euch jetzt gleich kompakt. Erstens, diese Linie hier, die Frage ist jetzt wieder, wie soll man das genau interpretieren? Aber es ist nämlich eine wichtige Zone, denn wir haben hier das erste Mal diese Resistance gesehen am 17. Juni. Wir haben hier drunter geschlossen 1, 2, 3, 4 Mal. Das heißt, es ist schon ein signifikanter Punkt für den Markt. Sieht man auch hier vor allem durch diese Kerzen, die exakt hier drüber geschlossen haben. Und jetzt hangeln wir hier drunter. Das heißt, wir haben jetzt hier noch nicht einen klaren Schluss drüber. Daily Close über diesen 9000-Trenneter-Level wäre sehr erfreulich und würde für ein weiteres bullisches Szenario sprechen. Auch hier, ich habe es auch auf Twitter angesprochen, auf einem Twitter-Account, was ich sehr, was ich überhaupt nicht gern mag beim technischen Trailer. Man hat einen nicht wirklich binären Anspruch oder binären Approach, wie man jetzt auf Englisch sagen würde. Weil es gibt diverse Ansichten, wie man diese Linie erziehen könnte. Das wäre jetzt eine Ansicht und man könnte dann sagen, okay, wir sind klar drunter. Die andere Ansicht wäre aber, dass man die Linie so zieht, weil man sagt, okay, wir haben hier einen Schluss drüber, hier einen Schluss drunter, einmal Support, zweimal Support und hier ist man jetzt konkret drüber. Ihr seht, es ist ziemlich marginal, wie man diesen Unterschied zeichnet, aber im Endeffekt macht es sehr, sehr viel aus. Das heißt, für mich habe ich jetzt definiert, okay, haben wir wirklich den Schluss über 9400 und closen hier drüber und halten das als Support, dann ist es für mich wirklich das Zeichen, dass wir wieder bereit sind, nicht eventuell bereit sind, sondern dass wir wieder bereit sind, in diese Range zu gehen und dann zügig über die 11000 zu steigen. Der unsichere Approach oder die unsichere Variante, wo man sagt, okay, man legt sich die Linie so an, dann kann man natürlich sagen, okay, wir haben diesen Support schon geflippt, wie man so schön sagt. Das heißt, man hat einen ehemaligen Support wieder zurückgewonnen und wir sind jetzt schon wieder bereit, dieses Bullish-Szenario anzugehen. Für mich, ich bin immer eher konservativ, weil ich sage mir, okay, finaler Schluss über 9500 bleibt Bullish oder wird Bullish nach diesem Schluss drüber. Wie sieht es auf der Unterseite aus? Ich will unbedingt sehen, dass wir dieses Level halten. Wenn wir dieses Level durchbrechen wieder, haben wir ein Problem meiner Meinung nach, weil das absolut nicht nachhaltig wäre. Natürlich, wir haben es hier auch gesehen, die größeren Player haben die technischen Trader hier ziemlich auf die falsche Seite gelockt, auf die falsche Werte. Aber, wenn wir uns ehrlich sind, ein Drop von hier auf 8500, wir haben hier die 200 EMA, wir haben hier diesen ehemaligen Distance-Bereich, sollten wir jetzt hier wirklich drunter droppen, wäre das mit Sicherheit kein Zeichen oder zumindest sicher kein Bullish-Zeichen für den kurzfristigen Trendumkehr. Das heißt, sollten wir zurückkommen, werde ich ziemlich, ziemlich große Long-Positionen eröffnen wollen, da hier natürlich alles dafür spricht, dass wir eine größere Reaktion nach oben sehen werden. Das wäre auch schon das Größte, was man hier sagen könnte in dieser Range. Wir haben, glaube ich, heuer das Jahr der Range, das heißt, wir haben immer sehr, sehr schnelle Bewegungen und danach diese langweiligen Ranges. Ich habe es, glaube ich, schon oft erwähnt, ich bin kein Fan davon, in irgendwelchen Ranges was zu machen. Natürlich, wenn man hier unbedingt was machen will, dann natürlich immer nur an den Extrempunkten, das heißt, entweder der Preis ist ziemlich unterbewertet, das ist immer am Ende dieser Range oder der Preis ist ziemlich überbewertet, das heißt, der Preis ist hier am oberen Ende der Range, das heißt, Short 9600, Long 9000. Das funktioniert natürlich immer so lange, bis es nicht mehr funktioniert, das heißt, man geht hier ein ziemliches Risiko ein, dass, wenn man jetzt unbedingt versuchen will, hier kurzfristig was zu machen, dass, wenn wir hier hochgehen und der Preis dieses Mal beim vierten Mal oder beim dritten Mal nicht mehr von hier abverkauft, dann kann es natürlich passieren, dass wir hier eine sehr, sehr starke Reaktion nach oben sehen und ihr hier noch eure Short-Positionen haltet. Da kommt Clipage dazu, das heißt, ihr werdet weiter oben ausgestoppt, als ihr eigentlich ausgestoppt werden wolltet und das wollt ihr im Prinzip auch nicht, deswegen, ich empfehle natürlich zwar gar nichts, im Grunde genommen als kein Finanzberater, aber was ich mir selber empfehle ist, dass ich, wenn ich solch eine Range hier nicht unbedingt sehr, sehr viel machen will, natürlich, wenn ihr unbedingt kurzfristig traden wollt. Wie immer, meine generellen Einsätze, Supply-Zonen, Demand-Zonen, das Ganze funktioniert in jeder Marktsituation, Swing-Failure-Patterns, wie wir auch hier sehen, wir haben hier einen klassischen Swing-Failure-Pattern gesehen, ups, bleibt die Linie jetzt, das heißt, wir haben hier diesen starken Schluss darunter. Generell, bei solchen Kerzen gehe ich auch sehr, sehr gerne Long, das heißt, wenn ich so eine Situation sehe, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Wicks haben, dann diese lange Reaktion nach unten, die sofort aufgekauft wird. Die ganzen Leute, die hier Long waren, nun ausgestoppt, das ist für mich ein klares Signal, Long-Zone-Stop meistens unter die Kerze, sehr, sehr gut, weil man sehr, sehr enge Stops kriegt, das heißt, man kann hier mit 1% rein, riskiert nicht viel, targett im Regelfall dieses nächste High, in dem Fall geht es sogar nochmal drüber. Hier wäre ein Supply-Level, warum ist denn Supply-Level? Wir haben hier letzte grüne Kerze sozusagen vor diesem Abverkauf, hier wäre auch ein Supply-Level, haben wir das Ganze nicht schon getroffen? Nein, wir stoßen uns generell an diesem Supply-Level, gerade hier. Ja, das wäre jetzt kein Thema für ein langfristiges Video, aber für ein kurzfristiges Tutorial-Video wieder. Ich habe wirklich mega Lust, solch ein Video zu machen, aber ich habe mich ja schon tausendmal entschuldigt, dass ich zur Zeit einfach keine Zeit habe für sowas. Wie gesagt, bis Weihnachten wird es bei mir zeitlich nicht besser, deswegen kann ich hier auch nicht irgendwelche großen Tutorial-Videos machen, weil gerade bei Tutorial-Videos muss man sich wirklich lange hinsetzen, 5-6 Stunden braucht man schon für so ein Video, weil man muss sich vorher überlegen, okay, was will ich denn überhaupt genau machen? Was spreche ich an? Wie spreche ich das an? Wie will ich das Ganze rüberbringen? Was bringe ich für Beispiele? Das dauert wirklich ziemlich lang, dürft ihr nicht falsch verstehen. Auch das Schneiden dauert eine Zeit lang. Es ist einfach eine Zeit, wo man nichts anderes machen kann, weil der Computer besetzt ist. Und auch das Video machen, auch wenn das Video nur 10 Minuten dauert, man muss das Ganze oft neu starten, wenn man sich verredet, man verspricht sich generell, man passiert oft wirklich nur 10 Minuten, dass man ein 10-Minuten-Video 3-4 Mal aufnehmen muss. Deswegen seht es mir nach, es kommt wieder viel mehr Content. Wenn ich mehr Zeit habe, dann können wir auch wieder mehr Tutorials machen und dann vor allem, wenn ich wieder mehr aktiv trainen kann. Es ist auch für mich spannender, wenn ich euch aktiv meine Accounts zeigen kann und was ich aktiv mache. Aber zur Zeit habe ich schon letztens mal transparent gesagt, dass ich kurzfristig zur Zeit gar nichts mache. Dafür habe ich den Sommer unzählige Stunden aktiv diesen Markt getradet. Das heißt, ich maße mir dennoch an, dass ich diesen Markt ziemlich gut interpretieren kann und dass ich diesen Markt generell dennoch ziemlich gut deuten kann. Übergörner gesehen natürlich jetzt nicht, will ich jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber mit den Stunden an Screentime, die ich habe, maße ich mir dennoch an, euch einen guten Ausblick zu geben können. Und ja, bis dahin, ich hoffe, es hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Wie gesagt, ich probiere es einmal die Woche zu schaffen. Ihr habt mal nicht ein, zwei Szenarios gesehen. Und bis dahin, euer Chris.